Wenn es kiehet dem Menschen wie dem Krieg, wie die stirbt, so stirbt, wie die stirbt, so stirbt, hier auch. Und haben alle einerlei Ure, und haben alle einerlei Ure, und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh. Wenn es ist alles heiter, denn es ist alles heiter. Es wird alles an eine Not, es ist alles von Staub gemacht, und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre, aufwärts fahre, und der Ohnen des Viers unterwärts, unter die Erde, unterwärts, unter die Erde fahre. Darum sag ich, dass nichts Bessers ist, denn das der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Denn er will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird, was nach ihm geschehen wird. Und dann, wenn er sich aus dem Stimmen in der Erde geführt. Das ist alles heiter. Wenn er sich aus dem Stimmen dass er sich auch noch mehr in der Erde fahre, und er sich in der Erde geführt. Vielen Dank.